Hi! Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, möchten wir eine wichtige Info an alle rausgeben, die Jobs in ihren Einrichtungen zu vergeben haben. Denn ab sofort kannst du deine Stellenanzeige hier bei uns im Podcast platzieren. Wir finden das besser als Werbung, weil unsere treuen Hörenden damit Hinweise auf tolle Jobangebote bekommen und Unternehmen diesen Podcast nutzen können, um genau die Zielgruppe zu erreichen. Und wir nerven nicht mit Inhalten, die niemand hören will. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo-at-übergabe.de, Übergabe hier mit U-E. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zur 69. Folge des Pflege-Updates. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute müsst ihr leider auf Lukas' Stimme verzichten und mit Michelle und mir Vorlieb nehmen. In dieser wahrscheinlich etwas knapperen Folge beschäftigen wir uns mit pflegerelevanten Neuigkeiten aus dem Bundesrat sowie den Kurznachrichten. Lasst uns keine Zeit verlieren und gleich in die Themen starten. Viel Spaß mit dem Pflege-Update. Im Bundesrat haben sich zwei Themen für die Pflege angekündigt. Zum einen das Krankenhaustransparenzgesetz, wir berichteten in Folge 55. Und zum anderen gibt es harsche Kritik an einem bayerischen Antrag zu den Pflegepersonalregelungen 2.0, den PPR. Ja, aber der Reihe nach. Das Krankenhaustransparenzgesetz, welches im Oktober 2023 vom Bundestag auf Impuls von Gesundheitsminister Lauterbach beschlossen wurde, hat zum Ziel, mehr Durchblick für Patientinnen hinsichtlich der erbrachten Behandlungsqualität in deutschen Kliniken zu liefern. Kern ist die Einführung eines sogenannten Transparenzverzeichnisses. Das soll Patienten helfen, eine selbstbestimmte und qualitätsorientierte Auswahlentscheidung für eine Behandlungsstätte zu treffen. Der Bundesrat hatte dem Gesetz am 24. November 2023 nicht zugestimmt und es an den sogenannten Vermittlungsausschuss überwiesen. Der Vermittlungsausschuss setzt sich aus jeweils 16 Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates zusammen. Dieser Ausschuss wird dann einberufen, wenn sich Bundestag und Bundesrat bei einem Gesetz nicht einigen können. Seine Aufgabe ist dann, die unterschiedlichen Vorstellungen von Bundestag und Bundesrat hinsichtlich eines umstrittenen Gesetzgebungsvorhabens zum Ausgleich zu bringen. Der Ausschuss kann den beiden Gesetzgebungsorganen lediglich Einigungsvorschläge unterbreiten, die dann von den beiden Kammern gebilligt werden müssen. Ganz so kompliziert und lang gedauert hat es dann beim Verfahren zum Krankenhaustransparenzgesetz aber nicht. Der Ausschuss empfiehlt nämlich die unveränderte Annahme des Gesetzes. Das heißt, dass vermutlich in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Bundesrates das Gesetz erneut auf der Tagesordnung landet. Was sich dann ergibt, hörte dann in einer der nächsten Folgen, wenn die Sitzung am 22.03. stattgefunden hat. Ebenfalls in der nächsten Sitzung des Bundesrates soll die Zustimmung zu den PPR 2.0 bzw. genauer gesagt zur Pflegepersonalbemessungsverordnung eingeholt werden, damit dann diese Verordnung, die viele Berufsverbände und die Gewerkschaft WERDI für unverzichtbar halten, endlich in Kraft treten kann. In der Folge 63 des Pflegeupdates haben wir uns ausgiebig der PPR 2.0 gewidmet, sodass wir hier an der Oberfläche bleiben können. Es geht darum, mittels der PPR 2.0 eine bedarfsgerechte Personalausstattung zu ermöglichen und dann eben auch zu belegen, warum man wie viel Personal braucht. Alles Weitere hört ihr aber am besten in Folge 63 nach. Nun will Bayern aber im Bundesrat überraschend eine Ablehnung der PPR 2.0 fordern und das gesamte Vorhaben so zum Platzen bringen. Darauf reagierte der DBFK empört und wirft der Bayerischen Landesregierung vor, die Qualität der Pflege zu gefährden. Der Antrag aus Bayern zeugt davon, dass Pflegequalität dort offensichtlich keine Rolle spielt. Die PPR 2.0 ist aktuell das einzige Instrument, mit dem wir Pflegequalität in den Krankenhäusern sicherstellen können. Es ist ein lernendes Instrument, das weiterentwickelt wird. Dafür muss die PPBV jetzt kommen. Wir haben schon Jahrzehnte verloren, in denen sich die Rahmenbedingungen für die KollegInnen und damit für die Arbeitsqualität stetig verschlechtert haben. Schlechte Personalbesetzung und dauernde Überlastung zählen zu den Hauptgründen, den Beruf zu verlassen. Dass wir ohne eine verbindliche Personalbemessung keinen Personalaufbau in den Kliniken schaffen, haben wir nun lang genug beobachtet. So fasst es Christel Wienstein, die Präsidentin des DBFKs, in einer Pressemitteilung zusammen. Weiter sagt sie, hier wird eine wichtige Maßnahme blockiert, ohne dass man eine Alternative präsentiert. Was auch immer Bayern damit erreichen will, es geht auf Kosten der beruflich Pflegenden und der Pflegequalität. Ähnlich scharf wird der Vorschuss Bayerns auch durch die Gewerkschaft Verdi kritisiert. Die Gewerkschaft Verdi wirft Bayern eine verlogene und unverantwortliche Politik vor. Auch wirft Verdi Bayern vor, die bestehenden Personaluntergrenzen abschaffen zu wollen und so weitere Patientengefährdungen zu betreiben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist noch vieles im Umbruch, was dieses Thema angeht. Und sicherlich hört ihr in den nächsten Folgen noch mehr zu diesem Thema. Vielen Dank, Max, an dieser Stelle. Es bleibt also spannend. Und damit geht es weiter zu den Kurznachrichten. In Baden-Württemberg deutet sich an, dass das Quorum für die Gründung einer Landespflegekammer nicht erreicht wird, so Sozialminister Manfred Lucha. Das endgültige Ergebnis dazu steht jedoch noch nicht fest. Florian Wahl, der Gesundheitsexperte der SPD, sieht darin einen Vertrauensverlust für Lucha, während aus FDP und CDU verschiedene Reaktionen zu vernehmen sind. Der FDP-Abgeordnete Jochen Hausmann verspricht, die Pflege weiterhin zu unterstützen, unabhängig vom Ausgang der Kammergründung. Die CDU betont ihre Haltung, die Entscheidung der Pflege respektieren zu wollen. Tim Bückner, Sprecher der CDU-Fraktion für Pflegepolitik, unterstreicht, dass die Pflegekammer lediglich als Angebot angesehen wird, das von der Pflege angenommen oder abgelehnt werden kann. Das Sozialministerium wird am 25. März bekannt geben, ob das erforderliche Quorum erreicht wurde. Dazu müssen mindestens 60 Prozent der knapp 113.500 Pflegefachpersonen in Baden-Württemberg als Mitglied registriert sein. Sobald das genaue Ergebnis vorliegt, werden wir euch natürlich ausführlich darüber berichten, bleibt also gespannt. Im Februar wurde in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft ein neuer Vorstand gewählt. Die bisherige Vorsitzende, Professorin Inge Eberl von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wurde erneut für das Amt bestätigt, das sie bereits seit 2021 innehat. Ebenfalls in ihren Positionen bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Bernhard Holle und Sascha Köpke. Neu im Vorstand sind Gabriele Meier und Rebecca Palm. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe startet die Umfrage Pflege, wie geht es dir? Um regelmäßig und präzise das Befinden der beruflich Pflegenden zu ermitteln. Diese jährlich wiederkehrende Umfrage soll den Verlauf der Stimmung der Pflegebranche verdeutlichen und die Ergebnisse werden dann zum Internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai veröffentlicht. Die Online-Befragung, die jetzt vom 1. März bis 31. März läuft, richtet sich an alle beruflich Pflegenden. Der DBFK beabsichtigt, die Teilnehmenden zu ihrer Zufriedenheit mit bestimmten Rahmenbedingungen, ihrer beruflichen Situation und ihrer Stimmungslage zu befragen. Des Weiteren ist geplant, die jährlich wiederkehrenden Fragen um einen Schwerpunkt zu ergänzen und sie in einen allgemeinen Kontext der Pflegedaten zu setzen. Für das Jahr 2024 hat sich der DBFK den Themenkomplex Pflegekompetenz vorgenommen. Christel Bienstein, Präsidentin des DBFK, erklärt zum Start der Befragung, Zitat, Vor dem Hintergrund des geplanten Pflegekompetenzgesetzes möchten wir von den Kolleginnen und Kollegen wissen, inwiefern ihre Kompetenzen aktuell zum Tragen kommen können, welche Erweiterungen sie sich wünschen und wie attraktiv neue pflegerische Rollen für sie sind. Wie bereits gesagt, die Ergebnisse werden am Internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai vom DBFK veröffentlicht und natürlich halten wir euch auch da auf dem Laufenden. Das war es schon wieder mit der 69. Folge des Pflegeupdate. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Habt bis dahin eine gute Zeit und kommt gern mit uns auf Social Media in Diskussionen über die Themen. Macht's gut und bis dahin. Ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017